Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare Jo und wir spielen Kill Confirm Also Abschluss bestätigt, ich hoffe ich kriege gleich wieder so eine geile Leistung hin wie gerade eben Aber da, dass ich aufnehme Würde ich mal schätzen, nein Und, wieso hat die Waffe so verzogen? Gute Frage, dies und vieles mehr erwartet euch, jetzt No ühhh charter Im Okay. Du Wichser! Sicher! Du Wichser! Wichser! Hmm. Äh, was hab ich denn jetzt gemacht? Du scheiße Wichser mit deinem Laser, verpiss dich! Wenn der mit Laser spielt... ... 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 Ich krieg Blut. Das find ich geil. Hä? Ah, fick dich. Nein, ich hab' nachgeladen. Hä? Oh, fick dich. Defeat. Aber wir haben zwei Abschuss hierhin immerhin geschafft. Too easy. Ja, wenn ich da oben camp, all... 21, 21, 21, bitch. Peace out. Oh, ich bin so geil. Ich bin so... Oh, Bobby ist nicht geil. Yeah. Wow. Zweimal. Auf jeden Fall, an der Stelle würde ich sagen. Das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.